So hier hin und jetzt bin ich wieder auf dem Weg knallt So Chim 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 chm So Wolltest du ins Bett hingehen, oder wolltest du... Ich wollte dir nur ein paar Steine geben. Ja. Warte mal, warte mal. Ich bin hier. Haben du? Okay, du haben. Ja. Wolltest du dann ins Bett, oder... Ich geh mal ganz kurz nach oben, und dann geh ich ins Bett, ja? Ja. Ich muss noch was ausladen. Ein paar Blümchen hab ich hier. Ich hab hier... Zombie-Pulver, oder... Irgend so was. Irgend so was. So, ich muss dich aber mal... Ein paar Steine gebrannt kriege. Habe ich das nicht aus, was ich dir gegeben habe? Oh, lange nicht. Leider noch lange nicht. So. Das bedeutet aber auch für mich, dass ich bald schon wieder keine Kohle habe. Für mich ebenfalls. Ja, was sagst du, wenn du im Bettchen liegst, ne? So, mach ich. Ich hol mir nur gerade ein paar Steine raus, und dann... ...bin ich soweit. So. Ich flitze in die Bubu. Okay. Liege. Sehr gut. Jetzt hab ich Monsters in meiner Nähe. Was ist das denn? Was soll das denn jetzt? Wir sind hier wahrscheinlich... Kannst du bei mir aufs Dach gucken? Warte, will ich... ...wann wir gerade aufstehen? Warte, komm aus dem Fenster raus, da. Es sind keine Monster. Unten, ist ein Zombie. Unten? Hm, vor deiner Tür. Vor meiner... Ich hab gerade vorbeigelaufen, zum Richtung Garten. Siehst du ihn? Ja. Hast du ihn erledigt? Na klar. Wack ist er. So. Ja? Können wir jetzt noch mal ins Bettchen? Ja. Liege. Ja, ich auch. Bin in die Bett. Okay, diese. Ich will mal gucken, wie viele Steine fertig geworden sind. Kann ich dir wieder welche geben? Ja, jetzt ist da ein Zombie bei uns im... Ah, sind das Viecher. Ja. Das sind sie. So, mein Freundin, komm mal her. Oh, die nennen sie noch Freunde. Der hat ein Schwert in der Hand. Der hat eine Schaufel in der Hand. Nimm ihn weg. Aber Schaufel hast du ja genug, ne? Nein, der hat mir die auch nicht gegeben. So, wo war ich eigentlich dran? Da hinten war ich. So, es ist ja kein Creepy-Vepy, ne? Nein, der ist kein Creepy-Vepy. So. Ich glaube, als nächstes müssten wir so eine Tour machen, damit wir ein bisschen Kohle sammeln können. Kohle und Eisen, ja. Sonst sieht es mit uns schlecht aus. Wo bist denn du? Ich bin hier. Wolltest du das alles noch auf die eine Ebene hier bringen? Also das noch weg hier, die eine, die da... ...steht. Wenn ich wüsste, wo du bist? Eigentlich hinter deinem Haus. Ja, das wollte ich eigentlich, ähm, die, das wollte ich ja sowohl noch runter. Okay. Hier siehst du es. Das wollte ich hier einmal weg, dieses Bup-Bup-Bup. Soll ich noch ein paar Steine geben? Warte. Ich mach grad ein paar Meter noch und dann... Dumpf. Okay. Ja? Ja. Okay. Da? Und da? Mehr hab ich leider nicht. Danke sehr. Es reicht schon wieder von Anfang. Ja. Das war ein Zug-Huben. Was? Ein Zug-Huben. Boah! Wo? Hier, bei mir. Ah, dann ist das das, was ich auch schon mal hatte. Aber keine Ahnung, was das ist. Ah, ist hier unten vielleicht dieser Gang, wo diese Schienen sind? Das weiß ich nicht. Aber das könnte es erklären. Das könnte, ja. Du hast es jetzt nicht gehört, ne? Ne. Ich werd da nicht verrückt. Ich denke nicht. Ähm, denkst du nur? Ich hoffe nicht. Ja. Ich denke, das ist das, was ich auch noch zu tun habe. Ja. Jo. Kamikian? Dich krieg ich auch noch zu. Nein, das wollte ich nicht. Ich bin mal gespannt, wie das nachher aussieht, wenn die Mauer einmal komplett fertig ist. Mhm, ich auch. Und wenn der Boden gerade ist. Und dann kann uns kein Creeper mehr die Dinger kaputt machen. Ich hoffe nicht, ne? Apropos, ich müsste mal meine Ernte reinholen. Mhm. Ta-ta. So, einteilig zu. Sehr schön. Sehr schön. Ich hab leider auch nicht mehr viel Erde. Bei mir müsste ich noch genug Erde sein. Ja? Ja. Ich hab mir der hintersten Truhe da auch meine Werkbäcke sind. Aber brauchst du die nicht selber? Im Moment brauch ich keine. Ja. Meine letzten 64 Blöckchens. So, jetzt hab ich hier. So. Ohje, ohje, ohje. Hier haben wir uns hier was angetan. Wieso? Wir machen's nur schön. Ja. So. So. Wohl, wenn ich, ähm, das andere abgebaut habe, dann hab ich ja wieder Erde. Um das eben zu machen. Nie? Ja. Ich hatte grad eine gute Karottenernte. Ja? Aha. Wie viel konntest du ernten? 36. Ui. Siehst du, da brauchst du keine Zombies mit sich haben. Ja doch, für Kartoffeln. Jetzt hab ich auch fast mein ganzes Feld voll mit Karotten dann. Ja. Sehr schön. Ja, ja. Ich zieh zwischendurch bei mir Flammen flackern. Ja, das meinte ich ja eben mit dem. Mit dem Fehler? Ja. Mhm. Ja, aber vorher nämlich nicht. Das mein ich aber auch. Das mein ich aber auch. Ich bin mir echt sehr sicher, dass das vorher nicht war. Ja. 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 Ich dachte schon, irgendwelche Geister würden rumschören. So. Nein, leider nicht. Hm? Wird sie Geister haben? Ein paar neue Gegner, warum nicht? Wenn dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie Kartoffeln schmeißen. Hahaha. Ahaha. Ja, ja. Ja. So. So. Hm. Meine letzte Kohle tue ich jetzt rein. In die Öffchen. Ja, ja, wir müssen dann auf jeden Fall. als nächstes wieder eine Höhlen-Tour in Angriff nehmen, um wieder Kohle zu kriegen. Dann wachsen und gedeiht meine Pflänzchen. 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 Auf Wiedersehen! Bis später. Juhu. Juhu. Tschüss.